Hallo, es ist 40 Uhr Leute auf dem neuen Video auf meinem Kanal. Erstmal, ihr würdet nichts erraten, also ihr habt ja schon im letzten Video gesehen gehabt, was ich gesagt hatte, dass ich zu FIBO fahre, mit einem Homie, das ist Jeff Lifestyle, der auf dem YouTube-Kanal, der wird auf jeden Fall verlinkt, es werden öfter mal Videos kommen mit Ihnen. Und wir sind jetzt auf dem Weg wieder zum Auto, wir waren gerade mal natürlich wieder Tourfreunde, das machen, unser Geschäft erledigen in der Natur. Nein, Spaß, aber jetzt auf jeden Fall, wir müssen jetzt noch 160 Kilometer nach Köln fahren, zu FIBO, wir haben die Hälfte schon hinter uns, von Helmstedt doch. Also nicht mehr weit, ne, würde ich mal sagen. Nicht mehr weit, ich werde wahrscheinlich ein bisschen was filmen von der Autobahnfahrt jetzt noch und wenn nicht auf dem Rückweg, werde ich was filmen von der Autobahnfahrt her, aber auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder in Köln und mehr nach dem Intro. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020